Esta Musa ist eine der fast 300 Schülerinnen, die die Boko Haram Mitte April entführten. Jede Nacht verfolgen das Mädchen diese Bilder der Verwüstung, die die Terroristen beim Angriff auf ihre Schule im nordostnigerianischen Chibok hinterlassen haben. Ich dachte, heute ist das Ende meines Lebens. Sie werden uns alle töten. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Esther gelang die Flucht, als ihre Entführer einen Moment lang nicht aufpassten. Noch immer fällt es ihr schwer, über das Erlebte zu berichten. Ich kann nicht schlafen. Warum kannst du nicht schlafen? Ich muss immer an sie denken. 223 von Esthers Mitschülerinnen sind noch immer in der Gewalt der Terroristen. Zum Schutz der Mädchen waren eigentlich Polizisten an der Schule stationiert. Ihnen macht Esther schwere Vorwürfe. Und auch ihren Lehrern. Der Vizedirektor habe vor dem Angriff die Schülerinnen sogar eingesperrt. Dann seien alle verschwunden. Sie sind weggelaufen. Die Lehrer und die Sicherheitskräfte sind weggelaufen? Ja. Sie haben euch ganz allein zurückgelassen? Ja. Es sind Schilderungen wie diese, die die Eltern der noch immer entführten Mädchen kaum ertragen. Auch nach einem Monat haben sie nicht die geringste Ahnung, wie es ihren Töchtern geht. Was wir wissen, wissen wir aus dem Fernsehen oder aus dem Radio. Aber noch nie hat sich jemand von der Regierung bei uns gemeldet, um uns irgendetwas über unsere Kinder zu sagen. Zur Not, sagt der Vater eines der Mädchen, werde er selbst losziehen, um sie zu suchen. Sein eigenes Leben sei ihm ohne seine Tochter ohnehin nicht mehr viel wert. Das Schlimmste sei das Gefühl der Machtlosigkeit, erzählen die Eltern. Das Vertrauen in ihre Regierung haben sie verloren. Umso wichtiger ist es, ihnen international Gehör zu finden. Sie sind sich sicher, dass ihre Kinder nur noch mithilfe des Auslands gefunden werden können.